Hallo Leute, es geht. Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video. Ich habe tatsächlich nichts vorbereitet. Ich werde einfach freisprechen in der Hoffnung, dass ich es einigermaßen hinkriege. Ich will auch nicht lange um den heißen Brei reden. Viele von euch wussten, wie das bei mir in der Zukunft aussehen würde. Viele von euch wissen, dass ich das schon seit drei Jahren mache, seit drei Jahren aktiv dabei bin, mehr oder weniger. Versuche Videos auf YouTube hochzuladen, versuche zu streamen, solange ich die Möglichkeit dazu hatte. Aber ich befürchte, ich bin leider echt an einem Punkt angekommen, wo ich das Ganze tatsächlich mal jetzt leider wirklich beenden muss. Um ganz klar und deutlich zu sein, ich werde kein YouTube mehr machen. Zumindest nicht mehr für eine absehbare Zeit. Ob ich jetzt irgendwann in fünf Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren, zehn Jahren, zwanzig Jahren irgendwann wieder mal YouTube Videos machen werde, weiß ich nicht. Fürs Erste aber werde ich dann tatsächlich damit aufhören. Ich muss leider damit aufhören. Ich habe eine Möglichkeit gehabt, hier das Ganze quasi über drei Jahre hinweg jetzt bis jetzt drei Jahre machen zu dürfen. Und ich bin auch sehr, sehr glücklich darüber. Denn auch, wenn ich jetzt was Zahlen angeht, nicht so viel Erfolg hatte, würde ich trotzdem sagen, war meine Reise in den letzten drei Jahren, was YouTube und was Read und Twitch angeht, glaube ich doch schon sehr vielfältig und groß. Ich habe neue Menschen kennengelernt, ich habe neue Kenntnisse gemacht, neue Erfahrungen gesammelt. Das sind halt alles Sachen, die mich auf dem Weg dann in meinem privaten Leben auch weiterbringen werden. Und dementsprechend bin ich da auf jeden Fall dankbar für die Zeit. Jeden einzelnen von euch, der mich auch vielleicht nur seit einem Tag supportet oder seit Anfang an dabei ist, der gesubbt ist auf Twitch, der einfach nur gefolgt hat, der vielleicht auch nur ein stiller Zuschauer war, wie auch immer. Ich danke euch wirklich jedem Einzelnen vom Herzen für den Support, den ihr mir über die Jahre hinweg gegeben habt. Das war tatsächlich der Brennstoff für mich, sagt man das so. Also das war meine Motivation, warum ich immer weitergemacht habe. Ich hoffe, euch hat die Zeit auch gefallen. Ich hoffe, auch wenn es nur ein kleines bisschen ist, konnte ich euch vielleicht ein bisschen Glück, Gelassenheit, Freude, wie auch immer machen. Und wenn ich das geschafft habe, dann bin ich happy. Also, wie gesagt, ich will jetzt nicht um den heißen Brei reden. Ich will das Video auch nicht allzu lange machen. Bevor ich es vergesse, nochmal ganz kurz, wie die Leute dieses fragen, warum ich aufhöre. Einige von euch wissen, dass ich aktuell immer noch Jobsuchend bin und das mache ich schon nebenbei. Ich habe mein Fachabitur gemacht, danach habe ich studiert und jetzt bin ich auf der Suche halt nach einem Job. Und ohne eine finanzielle Absicherung kann ich das leider halt einfach nicht durchziehen. Beziehungsweise nicht so oft Zeit investieren, wie es eigentlich sollte, damit das alles vernünftig klappt. Zeit habe ich aber leider aktuell nicht. Und ich muss jetzt einfach Prioritäten setzen. Ich muss jetzt einfach Entscheidungen treffen. Und ich werde kein schlechtes Gewissen dabei haben. Weil, wie gesagt, in den letzten drei Jahren habe ich sehr viele Sachen dazugelernt. Ich habe sehr viele neue Menschen kennengelernt. Von daher bin ich auch wirklich undankbar, auch unheimlich dankbar für die Zeit. Mehr kann ich dazu echt nicht sagen. Zum Abschluss, wie gesagt, nochmal jedem Einzelnen, vom ganzen Herzen, Dankeschön, dass ihr da wart für mich. Dass ihr mich unterstützt habt, dass ihr mich supportet habt. Und ich hoffe, irgendwo, irgendwie werden sich unsere Wege vielleicht nochmal schneiden. Wer weiß, die Welt ist klein. Man weiß es nie. Also, in diesem Sinne, Leute. Danke für die letzten drei Jahre. Kuss, kuss, kuss. Macht's gut. Stay fresh. Read out. Kuss.